Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome 2 World 2 mit historischem Rom das zehn Jahre Verspätung hat weil es die ganze Zeit diese doofe Sezession passiert. Die ist zwar im historischen Rom auch häufig passiert aber ja es hatte nicht so viel Auswirkungen auf die auf die Zeit hier quasi also auf die Zeit auf die römischen Eroberungsfeldzüge bekommt nix der bekommt auch nix die müssen wir dann sobald wie möglich austauschen weil wenn wenn jetzt die Paprika meint so ja wir haben keinen Bock mehr dann fehlen dann fehlen mir zwei fette Regionen und dafür müssen die dafür müssen die jetzt anfangen so bilden er kann sich bilden die müssen Kinder machen die kann sich ja neu neu verheiraten das ist gut ne egal ich hatte das mit den Kindern naja egal ähm kluger Ehemann das ist natürlich auch gut beschützende Ehefrau na schön äh können wir dich dann warte ne äh können wir dich ersetzen genau genau hier warte wir ähm ah ne Kapperei genau äh ersetzen zu meinem anheuern so super das ist gut ähm dann heuern wir hier den da ne da muss ich noch ein bisschen warten ok nächste Runde hm oh 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 so wir sind jetzt halt zwei vollstack Armeen und ne halbe hm der will mich doch quaken oder zwei drei vier day ok der win fern m an wird mit hier können die quasi die Balleste, glaube ich, nicht betätigen. Oh. Das ist jetzt ärgerlich. So. So. Dann schauen wir mal. Hobliten, Hobliten, Hobliten. Pekiniere und Pekiniere. Pekiniere, Pekiniere, Pekiniere. Dann versuche ich mal die Pekiniere und die Pekiniere rauszunehmen. So, wie sieht's da aus? Nicht gut für mich. Puh. Pekiniere. wie mache ich das jetzt am blödsten das sind stationäre das ist gut sie können uns dann egal sein ich muss irgendwo also die da gehen jetzt wahrscheinlich hierhin ich glaube ich will die hier auch grüßen ich muss ich muss halt schauen dass ich irgendwo hinkomme wo er nicht so präsent ist wisst ihr was ich meine ich muss irgendwo in irgendwo abfangen wo er seine pikiniere nicht so gut einsetzen kann und in der stadt kann man pikiniere sehr gut einsetzen das heißt ich muss irgendwo rausgehen das problem ist hier die balliste balliste so das problem ist wenn er jetzt nicht dahin geht wieso kann man die balliste nicht drehen das ist doch so ein quark die in doch das ist das mache ich trotzdem langsam da sind drei mann an bord ihr müsst jetzt 120 240 leute killen zu sechst das schafft ihr das war schon mal sehr gut das war schon mal super die männer wanken und schade schnell Rudern schnell 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 sehr gut gut hier bekommt ein Orden so die da hatte und deshalb war ein bisschen klar dass der jetzt hier geht und nicht nach da wo ich eigentlich was geplant habe nicht ganz so gut aber verständlich und dann gehen die die gehen nirgends vorhanden ok so 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 okay so 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 wieder mich und zwei und warte mal es ist der mal den Paprika rein noch einen hatte natürlicher Tod okay okay und dann ja Schutz vor in die Heide ist wow gut so so wenn ich da gelandet das ist schon mal sehr sehr gut warte ich lande mal hier weil der ist auch nicht so weit weg jetzt verdammt aber wir haben wieder essen das ist sehr gut was ist das ein Narr wurde bei der Verschandlung eines Tempels des Jupiters erwischt so etwas sollte ernst genommen werden den Tempel bezahlen ihn übergeben ihn persönlich bestrafen ähm äh 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 Jupiter ja komm ah die kann Beziehung verbessern der bekommt und Forschungsrate ist immer ganz gut da komm Forschungsrate feindliche Agenda aus Notwehr das ist gut super so du brauchst jetzt mal paar Einheiten wieder gepanzerte so Adler hab ich jetzt nicht ne eine Adler so und nochmal 3 warte ne 4 gepanzerte nicht und ja so und du drückst jetzt mal ja rückst jetzt mal nach hier so so und du du heilst dich jetzt nochmal weiter ähm Appentat Alter da ist so heftig Mames Abotage so 75% Schwarzse auf Ziel ähm töten das ist halt so okay das ist halt richtig heftig gut dann warte ich auf die zweite legion bevor ich fortschreite wartet die muss anders heißen mit dem wie viel was für legion habe ich denn jetzt ich habe äh 2 gut 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 also das heißt 1 brauche ich auch äh so äh so die johanns das ist nicht mein dude gut öffentliche Ordnung ja so klasse ist du bekommst auch nix so fertig so jetzt nächste runde werde ich den rausschmeißen die nächsten zwei drei runden jetzt sind wir alle weg ok hm ich muss ja jetzt noch mal kurz überlegen wie ich gegen die griechen vorgehe echt jetzt was ach der will mich doch verarschen warte wie wie will der das schaffen ach dann dann halt nochmal der will mich mit denen besiegen äh der da ist gut die da sind ganz in Ordnung der hat halt viel fernkämpfer aber ich hab keine will tja dann wird es halt heute eine längere Folge macht ja auch nix ups sorry bin immer noch nicht 100 pro gesund so ihr beiden kommt hierher und haben mal den in den Boden wobei hm das werde ich nicht schaffen das werde ich nicht schaffen warum nicht weil er ein Admiral ist so ich ich probier es trotzdem ich habe ja genug fernkämpfer wo kommt der Herr der müsste eigentlich hier hierher kommen so ich habe ja genug Fähigkeiten wo kommt der Herr ich das ist schon mal gut wer ist hier noch das ist schon mal gut die bestelle ich ja auch es nähert sich feindliche Unterstützung na von da kommen die ich bin ich eines unserer Schiffe wird geändert Die Männer wanken. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Die Männer fliehen vor der Schlacht, das ist ein schändlicher Anweckung. Die Männer fliehen vor der Schlacht. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Da geht man durch. Die Krieg wollen bloß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 um unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schrecklicher eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht unser General wird angegriffen und er sterbt jetzt den so das ist dass Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. m m hinten nein nein das ist nicht das entspricht nicht mehr was machst du da die roten unsere versteckten einheiten wurden entdeckt eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition die unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher die kommen wieder ja ich muss noch warten bis der general tut uns also seine gute idee ich ich tue mal mein genau weiter bei der der unseres stückte der die die das ist so heftig dass die immer noch so sterben der feindliche general ist meine güter überlebt teurer sieg ja naja aber der hatte keine chance würde ich mal behaupten dann würde ich sagen danke fürs zuschauen an für uns die 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 und ich habe niemals verloren das ist sehr gut das ist super muss ich halt hier wirklich eine armee aufstellen die endlich mal fertig wird beziehungsweise die als Prozent ein Geschenk im Grunde er nämlich nichts mehr unter 1000 nur Verschleiß dieser Verschleiß also weil er dachte dass sich Prozent um weil er dachte dass ich ja keine Einheiten mehr so an sich kann ich den jetzt und so dann mit denen mit denen na komm greife ich dann echt jetzt du bist doch noch in meinem so du kannst immer noch keine rekrutieren was sind jetzt die Armee von ihm hin das ist meine Flotte das ist ein bisschen bisschen nervig Flotte aufstellen das ist meiner aber Flotte will ich eigentlich nicht das ist so lächerlich dass ich jetzt so viele verloren haben ich habe ich habe ich habe um ein bisschen also ich hatte am Anfang der Runde habe ich Minus gemacht und dann habe ich gleich die da Lili Bayern erobert und hatte dann gleich wieder Plus aber trotzdem da habe ich so viele verloren das ist echt lame das ist lame sieben minus 8 Nahrung mache ich jetzt trotzdem mal damit hier dass da wirklich ohne Zweifel mir gehört und auch so bleibt so ohne Zweifel ohne wenn und aber ach Entschuldigung ich wollte ja schluss machen um da gefühlt zu schauen bis zum nächsten Mal und schluss und ade sie schluss schluss Sie müssen versprach werden! Angriff! Angriff! Angriff. Angriff! Angriff! Wolle! 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 Tehran! Fyre! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020